Hier gab keiner mehr. Wo sind die hin? Ich guck gleich mal mit der M24. Ach, da war ein Schuss. Da renne ich hin. Wo? Irgendwo unten am Krankenhaus dahinten. Ah, das ist gut. Ich hab Angst, dass die ja gleich hier hochkommen, ne? Ja, ich renne grad straight runter. Wo war er denn? Er war oben, ne? Am weiteren. Ja, im Wald. Ja, klar. Aber ich weiß nicht, er könnte schon längst... Richtung Krankenhaus, ne? Auf der Höhe. Ich lieg auf dem Krankenhaus auch nicht. Nee, nee, er. Ich weiß es nicht, wo der jetzt ist. Ja, aber wo war er? Ja, oberhalb der Steine, im Wald. Ok, ok, ok. Seh nicht. Oh ja, sei doch noch länger ohnmächtig, Junge. Erdi. Hab ihn. Ja, das war der. Ja, er hat ja immer noch der Herrn. Oh, ich brauch auf jeden Fall gleich Blut von dir. Ok. Detail er fängt an. Fett, 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 fett zu dir, in deine Richtung. Ich höre ihn nicht. Könntest du ihn snipen? Er ist genau an der Mauer, bei deiner Seite. warte oh ja du kannst ja den sniben hab glaube ich einen ja einen hast du nicht mit mir mein freund ich schieße ja der für eine knifftiger ob eine bison oder so liegt er denn der direkt an der mauer der ist nur kurz weggelogen der fährt im kreisverkehr da irgendwo ne hat gar nix wie soll ich hab da den reifen getroffen oder nicht wo ist er dann fährt er weg ja we are next to diva's base is there someone do you know that it's like the mitro five guys and chukar and chukar oh nice we kill him yeah go you first i go on the mountain and then i shoot from 800 meters and he kills me first with sun too oh i see him gillie because der gleich an einen safe is den muss ich töten was oh ne ne warte ah er bewegt sich so die zinge jetzt wie charlte also dafür dass du so zu den hitschatz vertiert hast du gerade scheiße in der Straße oh das hat das ist jetzt ein hatter oh dumm du bist dumm wut 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 wie wut wut before du Qué wut wolves du hast vor Yahkan videmment ich Ich hab zweimal die Edmund gekommen, so. Diffelt die Action. Wahnsinn des Wolters. Dom, where did you die? Oh, oh, I see the car. Mobster. Oh, I see him, I see him, Bandleber 1. Oh, scheiße, er ist direkt auf den Banshee. Ja? Ja, ja. Er ist hinterm Haus. Oh, es sind zwei Spieler. Ja, es war irgendwie klar. Tö, 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 tö. Oh, das war einer, das ist ein Gilly, ne? Ja. Oh, die haben auf jeden Fall einen Zombie, die haben nervende Zombies auf jeden Fall ne Backe. Gilly, wo I? Stopp. Gilly ist dabei. Oh, wir müssen schnell handeln, der ist am Out. Ja, töt ihn. Ja, er ist ziemlich weit weg. Hit. Wieder Hit. Einen hab ich. Wo ist der andere hin? Wir müssen mal... Hinter, hinterm, hinterm Ding. Two guys, two guys. Nee, stopp. Ja, nix zu sogar. Doch, wir müssen. Ich muss. Oh, fuck. Oh, fuck. Wo ist er? Er läuft nach hinten weg. Ah, Hit. Hit. Scheiße. Ah, ein Hit, aber läuft trotzdem noch weiter. Ah, Mann. Ja, er blutet. Verdammt. Halt, halt weiter drauf. Halt weiter drauf. Halt weiter drauf. Nee, jetzt hätte er den Schienen verschwinden. Jetzt muss... Ist dein Part. Ja, ja, ja. Ich renne, ich renne, ich renne. Also auf jeden Fall weitergelaufen. Ich bleib links, du bleibst rechts. Ja, ja. Machen wir. Ich hab eine scheiß Waffe, ey. Oh, er hat ne Aim und ne DMR bei. Ja, mein. Ach so, kann ich die kurz haben? Kann ich mir helfen? Ja, 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 scheiße. Ja. So, komm ran hier. Ja, ich beeil mich. Wollen die natürlich die scheiß Zombies an der Backe haben. Uri, wo seid ihr denn in der Nähe? Aether. Weit, nördlich von Aether. Ja, dann spawn ich in Aether. Wo ist der hingelaufen? Seh ihn nicht mehr. Ah, ich seh ihn, ich seh ihn. Wo? Weitergelaufen, weitergelaufen. Er läuft weiter? Welche Richtung? Immer weiter an den Schienen lang. Auf linke Seite oder rechter? Linke Seite, linke Seite. Wie weit nördlich von Aether? Wie weit ist er schon? Mit Olypestock. Der musste sich auf jeden Fall bandagieren. Ja, er ist immer... Ja, ja, er ist straight weitergelaufen. Immer an den Tannen entlang. Ja, du bist vor mir. Ja, ich seh ihn jetzt hier drin hockt irgendwo. Ja, er ist weitergelaufen. Noch weiter, noch weiter. Oh ja, hier ist ne Brücke und so nen Scheiß. Warte. Kann aber auch nicht mehr viel Blut haben. Hier muss... Hier hab ich ihn zuletzt irgendwo gesehen. Hier hab ich ihn zuletzt irgendwo gesehen. Warte. 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 Das war auch ein Bandit, Willi, ne? Ja. Dass er auf mich schießt. Lauf jetzt links weiter aufm fein Feld. Hier ist ne Karl. Äh, Merlin. Äh, ja, das bist du. Oh, hier, hier, hier. Oh, Mega. Wo? Ja, er ist ohnmächtig. What the fuck? Er ist tot. Er ist tot. Brauchst die ballern. Er ist tot. Echt? Oh, jetzt hat ein Zombie. Pass auf. Alles klar, ja? Ja, ja. Oh Mann, jetzt hab ich hier verpackte Scheiße. Ja, ey, komm. Oh, diese Zombies, die machen mich langsam. Ja, renn zum Helium, renn zum Helium. Oh, lol, Alter. Oh, nice. So hab ich ihn unmenschlich geschossen. Wahrscheinlich. Hast du die Punkte bekommen? Oh, ich brauch, ich brauch, äh... Stimmt, ich hab zwei Bandit-Kills. Was ist das hier, Alter? Nein, dann hab ich ihn ja doch gekillt. Oh, Schisse? Ja, ich, Mann. Diese Scheiß-Zombies nerven mich. Also, ja, ich hab's dir vor mir, oder? Hab ich ihn gut getroffen, anscheinend? Wacht ich. Aber ist das alles von ihr, von den englischen Freunden hier? Ja, hab ich. Ich, keine Ahnung, wir müssen gleich gucken. Äh, have you two teamed aus? Nope, just one. Ah, okay. Okay, you have a second, äh, den auch. Mhm. Enter P. Ja, komm, 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 komm. Wir rennen jetzt zum Auto. Wir haben eine Scrap-Konnektor. Alter, gut geklärt. Ding, ding, ding. Ich dachte mir schon, dass er sich in irgendeiner Tanne verkämte, ey. Ja, der ist ja gestorben. Ich dachte, dass er weiß. Ja, der wollte, dass wir nicht die Leiche bekommen. Ja. Aber wir waren halt schnell. Ich bin gerade auf der Autobahn Richtung ETA. Ja, aber wir wollen nicht gleich ab. Dom, do you have a plan? What do you want to do? Ich sehe, am Ende zwei laufen vor mir. What? Wo? Ah, der läuft. Hm, jetzt. Keine Ahnung, wie ich das beschrammte errauft. Okay, komm, mit 10. Autobahn Richtung Pestor. Ich überschießt nach mir, der Hohenson. Der M14. What? We have to help. Ähm. Ja, genau. Wer hier? Äh, kurz vor der Stadt mit der Burg ist er im rechten Sambalfilz, Mann. Faktor, ich glaube nicht. Er schießt wieder nach mir. Hört ihr denn das? Ah, ich höre die Schüsse. Ja, ich glaube auf der Autobahn. Natürlich schleppe ich den Zombie. Rechte Seite von unten. Äh, von unten. Ja, ich überleg gerade, wie wir fahren. Was kommt, wir schnell. Gib mal Gumm hier. Ja, wir... Ja, komm, wir halten hier an. Okay, okay, go, go, go. Ja, wir... Ja, kippt mir. Fuck, wir wartet. Der ist, der ist jetzt nicht okay. Oh, Zombies. Ich dachte, er meinte hier, den weint hier vor uns. Auto? 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 Ow, die sind direkt vor mir. Nice. Nice. Ah, der läuft immer so, dass ich den nicht ab... Wo? Von wo? Solex. Ja. 3 guys. Komm jetzt auch, keine Ahnung, ich bin jetzt... Ehh, one guy is running... ...on the yellow field. Pass auf, bei den gelben Hütchen bin ich gestorben. Dom, where are you? I'm in a pine tree. Wait, I see the guy at the bottom. And the yellow house is someone. Ja, 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 ja. Woher kam der denn jetzt her? Muss ich irgendwo Wasser gleich mal? Jetzt sitzen wir nicht so nah ran, Moment. Bin auch gleich an der Scheune. I come in the wood, Dom. No, no, no. I'm a hero. Yeah, sorry. I don't see this guy, so... Hey. Ja, du bist das hier, ne? You level 1. Ich bin You level 1 blau. Ja, 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 ja. Blauer skin? Ja, ich bin hinter... Du bist der Kedit. Ja, ja, hier. Ich geh in meinen Rucksack. Einer war an der Scheune, war der Dom, oder? Ja, okay, dann kriegst du halt keine Waffe. Ja, ach so, hast du eine dabei? Ja, AK. Ja, nehm ich. So, ist der Bennett 2 hinter dir. Ach so. Das ist Dom. Ach so, dann war an der Scheune der Gegner, dann hab ich den vorher gesehen. Der ist an der Scheune gelaufen. Kann ich kurz in deinen Rucksack gehen? Okay, ja, ja, so gut. Okay, and... The other guy is somewhere in front of us. Mit was hat er mit... In dem Wischen ist er. Direkt vor uns. Hey, ich pushe... Ich versuch dann zum pushen und abzulenken, okay? Oh yes? Was? I go over the right side. Mit M14A. Mit M14A. M14A. Oh, okay. Oh, I see a guy, I see a guy. I see... Ich seh'n auch robben. Er robbt auf dem Feld. Wollen wir zusammen... Oh, so, sorry. Ja, hab ihn, hab ihn. Got the... One guy. Ja, ja, der... Der Schlimpste steht uns auch bevor. Der M14A killt hat, oder? Ja, ja, genau. Wie? Ich bin grad beim Bassmobil. Jetzt hab ich mich erschrocken. Ah, die haben im Bassmobil Waffen drin, aber leider keine Muni für die, die drin ist. Ja, loot den Typen. Loot einfach den Typen. Ja, der wird wahrscheinlich covered werden. G17 schießt Richtung B1. G17 schießt Richtung B1. G17 schießt Richtung B1. Oh, es ist ein Heli-Crash, es ist ein Heli-Crash. Hier ist der, direkt der Heli-Crash. Auf mich wird geschossen, G36. Oh, krach. Der war auch rechts von mir. Ja, ja. Ja, mit ihrem Auto... Könnt ihr in Ordnung? Oh, da läuft ein Spieler von der... Ja, der ist im Wald, der ist bei den... welchen Holzdingern? Ja, der ist im Wald, der ist bei den... welchen Holzdingern? Ja, ja. Da sind sie auch mindestens zwei, weil einer habe ich nur noch am Bescheidigen gesehen. Oh, da kommt, da kommt, äh, Flying Fortress. What? Äh... Oh no, he's hovering. Flying Fortress, so... So, do you see Banner Level 1 behind us? Alter, wer hat denn auf dem Server Flying Fortress? Die Russen. Oha. Wäre auch sonst, oder? Oh, he's flying back towards us. Bei denen wär's schon möglich. Ach so, wo seid ihr denn? Geht nach. Obwohl, ich komm mal auf die Schieter. Ich komm nicht. Äh, wir wollen helfen. Trank dran. Geht los. Ja. Was? Wo soll ich hin? Ich bin gut spawnd. Eta oder nördlichen Eta? Nördlich von Eta. Nördlich von Eta. Denk dran, der eine Spieler ist schon fast an der Straße, ne? Ja, ja, den tötet Dom gerade. Ich versuch mir dann mal in den Wald umzumoln, nicht irgendwie ran zum Slickern. Hey Dom? Ja? Ja? Ja. Ich bin ein grünen Bandit 1, neben der Straße, okay? Okay. 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 Wir müssen den G36-Gun töten. Ja. Und dann der Typ, der an der Bahn. Aber er ist wahrscheinlich entfernt. Ist der in der Bahn drin, ja? Okay. Ich bin ziemlich sicher, ist der noch drin und einer im Wald noch. Der noch weiter vom... Von der Schuhe nach oben. Ja, ich sehe ihn. Er ist bei den Holzstapeln. Welche Holzstapel? Direkt beim Wald. Da wo wir hergekommen sind quasi. Aus dem Waldstück. Ja, okay. Okay. Ich nehme den Zimmer jetzt auseinander. Dom? Ja? Wo bist du? Wait, da ist noch ein weiterer Typ. Okay. Okay. Should I help you? Nein, ich denke, ich werde okay. Hey, ich sehe dich. Du bist auf der Straße, ja? Ja, er ist noch hinter... Hei-Bor. Ah, nicht Hei-Bor. Ich bin neben dir. Ich gehe... Äh, zu dem... ...Bassmobil. Eigentlich doofe Idee, aber ich brauche irgendwie eine Waffe jetzt. Achso, beim Bassmobil ist aber nichts zum Schießen drinnen. Es sind Waffen, nur die passenden Muni drin, habe ich gerade schon geschaut. Oh, er kommt. Er ist kommin, er ist kommin. G36 ist kommin. Wo kommt er? Der kommt direkt zu dem Büschen, wo das Bassmobil steht. Okay, dann kann ich mir von hinten gleich holen. Nee, nee, er ist dich bei uns. Bin auch hier bei den Büschen. Ja, ich sehe ihn. Oh, ist ein Bände... Wow, ist ein Bände 3. Ähm, da rennt einer am Fundament von der Stronghold. Der müsste getroffen sein. NICHT. Das suche ich dir gerade von hinten. Ich habe ein Zombie hinter mir. So. Der ist direkt bei dir, ne? Jaja, pscht, ich such ihn. Der ist direkt vor dir. I'm YOLOing. Where is this bitch? Ey, du kannst nicht durch den Bus schießen. Er ist da drin, ey. Er ist da drin, du kannst nicht durch den Bus schießen. Da kommt einer vom Einzelindustrie, richtig? Er ist direkt in den Baum. Er ist direkt in den Baum. Er ist direkt in den Baum. Oh. M40 in Amis schütten von der Bahn. Ich hole mal die gleich alle. Ich sehe einen braunen Bandit 1 laufen, läuft am Heubahnfeld. Der Arm1 ist da, der is running also two towards you. Vom Heubahnfeld? Ja però? Er ist am Heubahnfeld, am Aufwind am Braunen Bandit 1. Dem 1er Industrie, hier zum Heubahnfeld. Ich bin jetzt... Der Bandit 3 ... Der Bandit 3 ist genau in dem Baum da. Oh, das Sympel ist hier. Wo ist der? Er ist gerade hier. Das Simpel ist direkt bei der Bändekarbe. Ey, das gibt's doch nicht. Man kann den nicht abschießen in dem Busch. Auch wenn du hinter einem Busch stehst, der Busch fängt die Sachen ab. Das ist total fail, Alter. Also ich hab genau auf ihn geäumt. Ich hab ihn ja gesehen. Ja, ist doch jetzt gerade ihm egal. Ja. Ich finde aber so eine Scheiße ist Scheiße. Kommt wieder ein Angerannt von den Zügen. Ich sehe ein Ghillie. Ich sehe ein... Ich bin mitten im Wight hier. 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 Nee, nee, ich sehe einen Gegner. It's simple, it's simple. Okay. Wait, wait, wait. I will kill this bitch. I'm moving. I'm moving to this position. Ich hab schon dann. Oh, wie sind denn jetzt alle? Ja, ey. t er ist in der zent er liegt an einem Busch drinnen aber ich bin direkt bei dem am Busch, aber ich kann eine Töne Am Einzelnest ist jetzt einer Pass bloß auf, wie gesagt, die sind verbuggt, du kannst ja nicht durchschießen Ja, ich weiß, der ist... Du könntest was machen, du könntest versuchen, dich an ihn ranzurennen und ihm dann sowas zu geben Oh, er rennt zurück in den Wald, er rennt zurück in den Wald Ich kann ja hier meine drei, glaub ich, töten Wer kriegt hier? Wer crotchet zur Bändekarre? Äh, zum Busmurie Ich nicht, ich... Warte, Jungs, ich kann euch zwei töten, vielleicht Hallo Na, der schießt jetzt auf mich Der ist am kaputten, ähm, Militärfrack Hab ich den erwischt? Hab ich den erwischt? Ja, ne, ne, ne Fuck Er hat sich in dem Moment umgedreht, wie ich hinter ihm war Ich hab ihn dreimal mitgegriffen Genau einer am Panzerfrack Der schießt auf mich unter dem mehr Äh, ist sie auf der Seite Richtung Einzelindustrie Ey, das ist ja der mit dem M4, oh ey Ja, du triffst mich nicht, Digga Da jetzt Hätt ich keinen Zombie hinter mir krass Wir reden über Direct-Wings miteinander, die Typen Ja, ich kann so... Auf Russisch Wie viele Typen sind denn das? Das sind ziemlich viele Ich hab mindestens noch 3 oder 4 gesehen hinten Alter... Wer von euch lebt noch? Wer von euch lebt noch? Töte tears Lass Hättere Untertitelung des ZDF, 2020